Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn ich vom Laptop sitze, dann wisst ihr bereits, was folgen wird, nämlich ein bisschen Statistik, nämlich ein bisschen Tabellen. Dieses Mal habe ich mich jetzt nicht mit einer bestimmten Produktkategorie auseinandergesetzt, sondern mir war wieder mal langweilig und da wollte ich dem Sebastian und mir ein bisschen einen Gefallen tun und den Sebastian vor allem auch überraschen. Und ich habe mir mal unseren gesamten Kanal in der Statistik angeschaut und habe das alles in einer Tabelle festgehalten, weil mich hat es selbst interessiert, wie viele Videos haben wir denn auf diesem Kanal bereits seit der Erstellung gemacht und wie verteilen sich diese Videos thematisch. Und genau das werden wir uns in diesem Video anschauen, die Ergebnisse meiner kleinen Recherche. Der Start der Erhebung für diese Tabelle war das Jahr 2016. Da hat Sebastian mit den allerersten Videos zum Thema Autopflege begonnen, für die, die sich nicht mehr erinnern, das waren noch Videos auf dem Parkplatz mit dem weißen Seat Leon. So weit zurück in der Vergangenheit sind wir also. Es sind acht Jahre. Acht Jahre ist der ganze Erhebungszeitraum und ich habe Videos berücksichtigt bis und mit zum 1.7. Wisst ihr was, das trage ich jetzt gerade noch hier in die Tabelle mit ein, weil dann wissen wir das auch. Das heißt unter anderem, die aktuellen Videos zu Dr. Glossy von JP Performance sind jetzt in dieser Statistik nicht enthalten. Die werden uns noch eine Zeit lang beschäftigen. Deswegen, ich werde die Tabelle auch fortlaufend nachtragen, aber das ist jetzt mal das. Insgesamt habe ich jetzt in dieser Tabelle eingetragen 3.946 Videos. Wir runden auf, es sind 4.000 Videos, die wir in diesen acht Jahren für euch gemacht und publiziert haben. Ist schon, ist eine beeindruckende Zahl, würde ich sagen. Und vor allem, dann habe ich mir mal noch angeschaut, wie sich diese knapp 4.000 Videos auf verschiedene Videokategorien verteilen. Und zwar sieht es da wie folgt aus. Die häufigste Videokategorie waren Videos zu einzelnen Marken bzw. zu Produkten von einzelnen Marken. Und da sind aber dann auch solche Dinge wie Werksbesichtigungen, wie Interviews, wie Aktionen und Gewinnspiele enthalten, die, wie gesagt, sich nur um eine einzelne Marke oder Produkte einer einzelnen Marke gedreht haben. Und das waren insgesamt 1.823 oder knappe 46% aller Videos. Wir runden auf. Die Hälfte aller Videos, die wir hier auf dem Kanal jemals gemacht haben und euch gezeigt haben, waren also zu Produkten von einer bestimmten Marke. Das ist schon mal sehr, sehr spannend. Und das ist auch, glaube ich, das, was die meisten von euch interessiert, was wir auch immer wieder sehen, wenn wir uns die Zugriffszahlen auf unsere Videos anschauen. Diejenigen Videos, die sich konkret um ein Produkt von einer spezifischen Marke drehen, gerade wenn dieses Produkt neu ist, gerade wenn dieses Produkt von einer Marke ist, die eh schon bekannt ist, dann funktionieren diese Videos einfach rein von den Zugriffszahlen her relativ gut. Das ist auch das, was wir immer wieder sehen. Die zweithäufigste Kategorie waren die Produkt- und Markenunabhängigen Themenvideos. Da habe ich solche Dinge zusammengefasst wie Anleitungen, Guides, Tutorials, FAQs, Erklärungen, aber auch Livestreams, Spezialthemen, Experimente und verrückte Tests, Waschvideos, Autovorstellungen von uns oder auch Podcasts, Realtalks und Interviews. Das ist alles in dieser Kategorie untergebracht. Und das waren insgesamt 1119 Videos oder knappe 28%. Wir runden wieder auf, ein Drittel aller Videos waren also Produkt- und Markenunabhängige Themenvideos. Da ging es um ein spezifisches Thema. Darunter fallen beispielsweise Polierguides, da fallen Kanalnews drunter, da fallen der Hallenaufbau und so weiter und so fort. Also die Hälfte Produkt-Tests, ein Drittel waren produktunabhängige Themenvideos. Und damit kommen wir jetzt noch zu den Videos oder zur Kategorie von Videos, in denen es um Vergleiche mit mehreren Produkten ging, wo es also nicht mehr nur um eine einzelne Marke ging, sondern immer um mehrere Marken. Achtung, das heißt nicht, dass in der vorherigen Kategorie, wo ja die Hälfte aller Videos drin war, dass dort keine Vergleichstests drin waren, aber das waren dann Vergleichstests von beispielsweise zwei Produkten der gleichen Marke. Und das ist noch wichtig, dass man hier das weiß, aber 682 Videos waren Vergleichsvideos, Produktübersichten, Favoriten habe ich da hinzugezählt, Sets, Setsempfehlungen und auch Unboxing-Videos. Das waren, oder das ist die drittgrößte Kategorie mit knappen 17% aller Videos. Und dann die kleinste Kategorie, da habe ich, oder die Kategorie habe ich als Werbevideos bezeichnet, wo Deals und Aktionsvideos drin sind, wo Gewinnspiele und Gewinnspielbekanntgaben, alles was mit Waschguru zu tun hat, unserem Partnershop, und wo es darum ging, dass Sebastian und ich auf unsere Workshops hingewiesen haben. Und alle diese Videos zusammen waren 322 oder 8% aller Videos. Und dahingehend kann man jetzt schon mal festhalten, der Vorwurf, den manche von euch an uns äußern, ich meine, das ist eine absolute Minderheit von euch, die das tun, aber der Vorwurf, den wir uns manchmal gefallen lassen müssen, dass das alles eine riesen Werbeveranstaltung ist, rein statistisch gesehen stimmt das nicht. Weil das, was wirklich, was ich verstehen kann, wenn man es als Werbevideo betitelt, Deals und Aktionen, Gewinnspiele, Waschguru-Workshops, das waren nur 8% aller Videos oder 322. Und jetzt können wir noch ein bisschen tiefer in die ganze Materie eintauchen, weil ich habe es ja, ich habe es noch weiter aufgeschlüsselt. Insbesondere, glaube ich, für euch sehr spannend, wenn wir wieder in diese Kategorie gehen mit den häufigsten Videos, nämlich die Videos zu einzelnen Marken oder deren Produkten, Was waren denn die häufigsten Videos oder die Marken, die wir am häufigsten gezeigt haben? Mit deutlichem Abstand, ich fange anders an. Keine einzige Marke, keine einzelne Marke, kommt insgesamt auf mehr als 5% aller Videos. Das Höchste ist, das ist die Marke, die wir am häufigsten gezeigt haben. Ihr könnt mal an dieser Stelle anfangen schon mal zu raten, ich verrate es euch gleich. Das Häufigste waren 4,38%. Das war das mit Abstand Häufigste von einer einzelnen Marke. Und diese Marke war, habt ihr es erraten? Sonax. 173 Videos zu Sonax. Achtung, streng genommen hatten wir Sonax in mehr Videos präsent. Wenn es um Vergleichsvideos beispielsweise ging, wenn es um Anleitungsvideos zum Beispiel ging, da waren teilweise Produkte von Sonax auch dabei. Da ging es aber nicht um diese einzelnen Produkte. Deswegen, ich meine, diese Statistik ist nicht unglaublich abschließend oder präzise in dem Sinn, sie ist aber präzise genug, dass wir einen sehr guten Einblick darüber bekommen, was uns auf diesem Kanal am häufigsten beschäftigt. Und wenn es halt wirklich um Videos geht, wo immer nur eine Marke und deren Produkte präsent waren in einem Test, dann war Sonax die Marke, die am häufigsten vorkommt. 173 Mal. 4,38%. Spannend, was würdet ihr denn schätzen, kommt auf Platz 2. Ich hätte es niemals erraten, aber wenn man sich wirklich alle 4.000 Videos auf dem Kanal durchschaut, kommt auf Platz 2 mit 132 Videos Soft 99. Und das ist halt etwas, darüber reden wir dann gleich. Wir müssen immer aufpassen oder manche von euch müssen aufpassen, wenn sie uns vorwerfen, dass wir manche Marken bevorzugen bzw. bewusst vernachlässigen. Wenn man 8 Jahre lang Videos macht und 4.000 Videos gemacht hat, dann hat man in der Vergangenheit bereits viel abgefrühstückt. Und Soft 99 gehört da dazu. Denkt mal an diese ganze Geschichte mit dem Soft 99 Fusso Code zurück, als das aufkam. Ich würde mal sagen, da sind alleine von diesen 132, wahrscheinlich ein Drittel der Videos gehen aufs Soft 99 Fusso Code zurück und dann noch die ganzen anderen Waxe, die Soft 99 hat, die Quick Detailer, die Shampoos, die Reifenpflegen und so weiter. Das waren 3,3%. Und dann haben wir noch eine weitere Marke, die mit über 100 Videos präsent war, nämlich exakt 104 Videos und das war ADBL. Und auch hier wieder, wahrscheinlich könnte man einen guten Drittel von den Videos auf ein Produkt runterrechnen und das wäre das ADBL Synthetic Spray Wax, was es auch absolut verdient hätte. Das waren 2,6%. So, und alle anderen Marken, alle, alle anderen Marken waren mit, Stand heute, Juli 2024, mit deutlich unter 100 Videos auf dem Kanal präsent. Achtung, nochmal, das möchte ich wirklich betonen. Das heißt, also es kann schon sein, dass das mehr als 100 Videos für einzelne Marken waren, wenn die in Vergleichstests noch dabei waren. Aber einzelne Videos zu den jeweiligen Marken, alle, die jetzt kommen, unter 100 Videos. Aber, eine Marke, und das ist effektiv, das hören wir ab und zu, warum zeigt ihr nichts mehr von Liquid Elements? Das hat einerseits den Grund, dass von Liquid Elements jetzt in letzter Zeit relativ wenig neues K. Man kann uns aber nicht vorwerfen, dass wir Liquid Elements nicht oft auf diesem Kanal gezeigt hätten, denn Liquid Elements kommt auf Platz 4. 79 Videos oder 2% aller Videos waren zu Liquid Elements. Die vierthäufigste Marke, die wir hier auf diesem Kanal gezeigt haben. Auch spannend. Knapp dahinter Dr. Wack mit 75 Videos oder 1,9%. Und dahinter dann Chemical Works, das ist jetzt relativ jung in dem Sinn, mit 68 Videos. Auch da hören wir oft einen Vorwurf, ihr zeigt nur noch Chemical Works oder ihr habt nur Chemical Works gezeigt. Statistisch gesehen stimmt das nicht. Wie viel ist das? Moment. 1,7% aller Videos waren nur über Chemical Works. 1,7%. So viel dazu. Und das ist halt das Lustige, deswegen lache ich so süffisant. Zwischen Vorwürfen, Unterstellungen und Anschuldigungen und der Wahrheit, wenn man es sich wirklich mit Zahlen und Fakten anschaut, liegen halt teilweise Welten. So und jetzt kommt eine weitere Marke, zu der wir aktuell oft den Vorwurf hören, ihr macht die immer nur runter, ihr zeigt die nie, die hätte es verdient. Kochremie. Kochremie war jetzt die, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die siebthäufigste Marke, die wir je auf diesem Kanal gezeigt haben, mit 55 Videos oder 1,4%. Wir haben genug von Kochremie gezeigt, ganz ehrlich, also schaut euch diese Statistiken an. CarPro, genauso häufig, 55 Mal. Die Prozentzahlen werde ich an dieser Stelle jetzt nicht mehr erwähnen, das ist alles 1% oder weniger. Maguires haben wir oft gezeigt, das ist jetzt die Reihenfolge. Dodo Juice 44 Mal, Gion 42 Mal, die Shiny Chiefs 38 Mal. Da würde ich mir jetzt den Vorwurf gefallen lassen, dass wir der Marke zu viel Aufmerksamkeit geschenkt haben. Andererseits muss man sagen, ich persönlich bin der Meinung, man muss euch, man muss unsere Zuschauer, man muss vor allem aber auch unbedarfte Autopfleger, Enthusiasten und Leute, die gerade damit anfangen, vor gewissen Marken und deren Produkten und dem Produktversprechen auch warnen. Shiny Chiefs ist eine Marke davon für mich. Aber 0,96%. Also nicht mal 1% aller Videos haben sich um die Shiny Chiefs gedreht. Ledermax haben wir auch oft den Vorwurf bekommen, wir zeigen nur noch Ledermax, wir wollen Ledermax pushen, was auch immer. 36 Videos oder 0,91%. Achtung, in diesen 36 Videos zu Ledermax waren über 20 Videos dabei, in denen es um Fragen ging, die ihr dem Herwig Grabner stellen konntet im Voraus. Und das sind teilweise Videos, die 2, 3, 4 oder 5 Minuten dauern. Über 20 Videos, wenn ich die abziehe, haben wir, Mathematik, Moment, da haben wir 13 Videos zu Ledermax gemacht. Und im Vergleich dazu haben wir übrigens 16 Videos mit Colorlog oder über Colorlog gemacht. Ich wiederhole es nochmal, zwischen einfach mal so zwischendurch geäußerten Unterstellungen, Anschuldigungen und so weiter und der Wahrheit, wenn man es sich mit Zahlen und Fakten anschaut, liegen halt Welten. Wir gehen wieder zurück, wir waren bei Ledermax, Labo Cosmetica, 37 Videos, nicht mal 1% aller Videos, FX Protect, 32, D-Turner, 25, Shiny Garage, 22, Stierna Gloss, 21, Nanolex, 22, Chemical Guys, 20. Und alle anderen Marken, alle anderen, die ich jetzt aufzähle, haben keine 20 Videos bekommen in dem Sinn, in denen es nur um diese Marke ging. K2, Ava, Detail Guards, Colorlog, Fireball, Gloria, Surfaces, Solo, Infinity Wax, Neo Wax, Menzerna, Kercher, Autobright, Flex, Tuga, Quisi, Negrin, Polish Angel, Polish Angel, eine winzig kleine Marke ist da vor vielen anderen, Good Stuff, One Wax, Licago, Petzold, Platinum, Reflected, Max Shine, IK, Alter, Switzer, Einso, P&S, Swiss Wax, G-Technik, Sam's Detailing, Art Design, Order Finesse, Rupes, MATCC, Lorin Mill, Lünes, Prima, Armor All, Angel Wax, ich könnte jetzt ewig weiter machen, da ist eine Riesenliste. Alle diese Marken haben keine 20 Videos bekommen und liegen teilweise bei deutlich unter einem Prozent von der gesamten Videomenge. Also ich wiederhole es nochmal, die einzige Marke, wo man uns tatsächlich den Vorwurf machen könnte, dass wir sie sehr, sehr häufig zeigen, ist für mich Sonax. Aber auch Soft 99 haben wir und zeigen wir nach wie vor sehr, sehr oft und ADBL. Die drei Marken kamen wirklich signifikant häufiger vor. Man kann uns aber glaube ich nicht vorwerfen, dass wir gewisse Marken systematisch benachteiligen oder ausklammen, insbesondere nicht Liquid Elements oder Koch Chemie oder Meguiers. Die kamen insgesamt auf diesem Kanal sehr, sehr häufig vor. Selbstverständlich ist es so, dass gewisse Marken immer untergehen werden. Es ist nicht möglich, dass wir hier, die diesen Kanal immer noch hobbymäßig betreiben, alle Marken und alle Produkte, die es auf dem Markt gibt, zeigen und auch gleich häufig zeigen. Das ist nicht möglich. Es gibt zu viele Marken und zu viele Produkte im Autopflegemarkt mittlerweile. Das werden wir niemals schaffen. Wir versuchen es so ausgeglichen wie möglich zu machen und das habe ich mir vor allem auch zur Aufgabe gemacht, dass wir immer auch mal wieder Exotenmarken zeigen. Wir besorgen uns teilweise für sehr viel Geld. Ihr habt ja die Unboxing-Videos mit Dimo gesehen, für sehr viel Geld Produkte aus den USA, damit wir euch die zeigen können. Ich habe mir gerade vor kurzem Polierpads aus Australien bestellt, für sehr viel Geld. Also die Lieferkosten waren sehr teuer, um euch gewisse Sachen zu zeigen. Wir geben wirklich unser Bestes, dass das ausgeglichen ist. Aber wir richten uns auch nach euren Interessen und euren Wünschen. Und man muss es halt ganz klar sagen, Sonax, Soft99 und ADBL interessiert euch sehr stark, was wir in den Zugriffszahlen sehen und ihr wünscht euch diese auch sehr, sehr häufig. Von dem her ist, glaube ich, diese Statistik doch relativ aussagekräftig. Das waren die Statistiken dazu. Jetzt habe ich noch eine Unterkategorie hier vergessen. Ich habe noch eine gemacht, die heißt Andere und Weitere. Und da sind Marken dabei, wo wir teilweise halt nur ein, maximal zwei Videos gemacht haben. Und das waren insgesamt doch wieder 155 oder 3,93%. Wir runden es auf 4%. Fast so häufig wie Sonax. Also ich glaube, man kann am Ende des Tages sagen, wir haben sehr viel Abwechslung hier drin. Ja, gewisse Marken kommen häufiger vor als andere. Aber wenn ich mir die Unterschiede in den Zahlen anschaue, wie gesagt, Sonax ist die Marke, die am häufigsten vorkam mit 4,38%. Ist das jetzt übertrieben viel? 4,38% aller Videos? Ich persönlich finde nicht. Gut. Das war die Kategorie von den Videos zu einzelnen Marken. Jetzt die zweithäufigste Kategorie waren ja die Produkt- und Markenunabhängigen Themenvideos. Auch das habe ich noch weiter aufgeschlüsselt. Die Videokategorie mit den meisten Videos auf dem ganzen Kanal sind Anleitungen, Guides, Tutorials, FAQs und Erklärungen. Also wenn wir euch Dinge, die die Autopflege betreffen, erklären. Da haben wir, oder habe ich jetzt gezählt, 482 Videos oder 12,21% aller Videos gemacht. Ein guter Zehntel aller Videos sind Anleitungen, Erklärungen. Und ich finde, ehrlich gesagt, oder als ich die Statistik gemacht habe und die Zahl gesehen habe, war ich froh. Ich wusste nicht, was rauskommt am Ende. Ganz ehrlich. Ich war froh, dass das so ist. Und da bin ich auch, und ich glaube, da kann auch Sebastian stolz auf sich sein, dass das die mit Abstand häufigste Videokategorie ist. Also von dem her, ihr seht schon, das ist wirklich, das ist der größte Brocken an Videos, die wir gemacht haben. Anleitungen, Guides, Tutorials, FAQs und Erklärungen. Einschränkt muss man sagen, da sind teilweise identische Videos, einmal in deutscher, einmal in englischer Sprache dabei. Aber die kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Von dem her, ich glaube, das ist gut für unseren Kanal, dass das so ist. Auch eine sehr spannende Zahl. Was glaubt ihr, wie viele Livestreams haben wir bis zum 1.7.2024 gemacht? Ich war sehr erstaunt. 320 Livestreams. 320 Livestreams. Wir haben über ein ganzes Jahr lang am Stück Livestreams gemacht. Das ist schon eine krasse Zahl. 8,1% aller Videos waren Livestreams. Und um es euch ganz klar, also jetzt absoluter Real Talk, um es ganz klar und deutlich zu sagen, Livestreams sind für unseren Kanal eigentlich verschwendete Zeit, verschwendete Lebensmühe. Weil in der gleichen Zeit, wo Sebastian und ich diese ein bis zwei Stunden da sitzen und euch die Fragen beantworten, könnten wir realistischerweise, wenn man gut ist, zwei, drei, manchmal auch vier Videos drehen für den Kanal. Und die würden mehr bringen, weil bei den Livestreams sind in der Regel zwischen 100 und 200 Personen mit dabei. Die Livestreams erhalten im Nachhinein, weil die sind ja immer noch aufrufbar, ein paar wenige tausend Aufrufe. Die bringen den Kanal nicht wirklich vorwärts. Ich persönlich liebe die Livestreams aber, weil es die Möglichkeit ist, mit euch zu interagieren, weil es eine Möglichkeit ist, mit euch, mit unserer Kern-Community, mit den treuesten und den häufigsten Zuschauern, uns auszutauschen, wo wir auch teilweise coole Video-Ideen von euch kriegen. Von dem her, ich persönlich, ich würde sie vermissen, die Livestreams, wenn sie nicht mehr stattfinden. Sie haben sehr häufig stattgefunden. Ich glaube, wir werden sie auch in Zukunft weiterhin stattfinden lassen. Das war eine sehr, sehr häufige Kategorie. Die zweithäufigste Kategorie von Videos insgesamt. So, dann habe ich noch eine Kategorie, die habe ich Spezialthemen genannt. Das waren 149. Da ist zusammengefasst, das sind Kanal-News, Weihnachtsgeschenk-Ideen, der Hallenaufbau, Fahrtrainings, Events, Spezialthemen. Habe ich einfach zusammengefasst. Es war, man kann auch sagen, eine Sammelkategorie für alles, wo ich schlichtweg nicht wusste, wo ich es sonst unterbringen sollte. Das waren aber auch schon 149 Videos oder 3,78% aller Videos. Experimente und verrückte Tests, das ist etwas, was ihr sehr mögt, 67 oder 1,7%. Waschvideos, also wirklich reine Waschvideos. Und da zähle ich die Musikvideos und die ASMR-Videos, wo wir nichts quatschen dazu. Da würde man glauben, die haben wir häufiger gemacht. Es waren aber tatsächlich nur 38 Videos und nicht mal 1%, 0,96%. Auch spannend. Da bin ich davon ausgegangen, dass das deutlich mehr wären. Autovorstellungen, Schrägstrich Tuning, also wenn Sebastian und ich uns ein neues Auto geholt haben oder wenn wir in unseren Autos was gemacht haben, 36 Videos. Auch da wieder hört man ab und zu aus irgendwelchen Ecken den Vorwurf, es geht euch nur darum, eure Autos oder euch selbst in den Vordergrund zu stellen. 36 Videos waren es von 4.000. Ich glaube, das ist okay. Podcasts, Realtalks oder Interviews, also mit anderen Personen, 27. Da werden jetzt in Zukunft noch mehr dazu kommen, weil ich habe ja mit dem Reggie von Labo Cosmetica den Veritas Realtalk den Podcast gestartet. Aber das wird jetzt auch keine Überhand gewinnen, weil wir haben mal damit geplant, dass wir einen Podcast pro Monat produzieren. 27, 0,68%. Und das waren insgesamt dann wie gesagt 1.119 Videos oder ein knappes Drittel, 28%. Aufgerundet. So, dann die dritthäufigste Kategorie waren ja Vergleiche und Videos mit mehreren Produkten, aber auch die habe ich wieder weiter aufgeschlüsselt. Und innerhalb dieser Kategorie ist diejenige Art von Video, die am zweithäufigsten auf diesem Kanal vorkommt und relativ knapp hinter den Anleitungen. Nämlich Vergleichsvideos mit mehreren Marken, 448 Mal oder 11,35%. Das ist die zweithäufigste Videokategorie. Auch hier wieder, es gibt Leute, die sich beschweren, dass früher alles besser war auf diesem Kanal oder dass wir nur noch Werbevideos machen, dass wir nur noch Produktvideos machen. Statistisch gesehen ist diese Aussage Quatsch. Statistisch gesehen sind Vergleichsvideos mit Produkten mehrerer Marken die zweithäufigste Videokategorie mit 448. Fast genauso viele, wie wir Anleitungen gemacht haben. Ist so. Zahlen lügen nicht. Auch eine relativ häufige Kategorie, Produktübersichten. Das heißt, beispielsweise, wenn wir euch Produkte mit bestimmten Gerüchen vorgestellt haben oder wenn wir euch eine Übersicht über Autoshampoos oder Übersicht über verschiedene Wachse machen, dass diese Kategorie 101 Videos oder 2,56%. Also auch relativ viele Videos in dem Sinn. Favoritenvideos, die gehören da auch dazu, weil auch da geht es um mehrere Marken, mehrere Produkte. 61 oder 1,155%. Das ist ein bisschen eine trügerische Kategorie, weil teilweise in einzelnen Jahren mache ich beispielsweise ein langes Video, wo ich euch alle Favoriten in allen Produktkategorien am Stück zeige. Das dauert dann ein oder zwei Stunden. Und in anderen Jahren habe ich es aufgedröselt in verschiedene Produktkategorien. Und deswegen sind hier, ich glaube, diese Zahl ist ein bisschen trügerisch. Es sind in Tat und Wahrheit gefühlt zumindest weniger. Aber es sind 61 Favoritenvideos oder 1,5%. Sets, Setempfehlungen und Setbewertungen 35. Da bin ich davon ausgegangen, dass es mehr sind, aber es sind nicht so viele Videos, in denen wir uns mit Sets beschäftigen. 0,9%. Und Unboxing-Videos, da war ich sehr, sehr froh, dass diese Zahl rausgekommen ist. Für mich sind Unboxing-Videos immer noch, und das habe ich von Anfang an gesagt, das ist für mich geistiger Abschaum. Es ist so, ganz ehrlich, das ist so ein einfaches Video. Ich hocke mich hin, packe für euch Zeug aus und rede ein bisschen was drüber. Diese Videos sind sehr einfach und schnell gemacht. Aber ihr mögt sie. Es ist halt wirklich so, aber sie sind für mich, ich habe an meine Videos einen höheren Anspruch als an Boxing-Videos. Und deswegen war ich sehr froh, festzustellen, dass es nur insgesamt 37 Unboxing-Videos waren oder 0,94% von allen Videos. Ich hoffe mal, wir können es bei dieser kleinen Zahl dann auch belassen. Das war die Kategorie der Vergleiche oder Videos mit mehreren Produkten. Und dann kommen wir eben noch zu den Werbevideos. Die Art von Video, wo ich mir persönlich den Vorwurf, dass es ein Werbevideo ist, am ehesten gefallen lasse, ist, wenn wir Videos machen, in denen es um unsere Workshops geht. Weil ja, mit einem Workshop verdiene ich effektiv Geld. Das ist für mich auch vollkommen okay. Ich habe da null Probleme, darüber zu reden. Aber das ist ja auch meine Zeit, die ich da an einem ganzen Tag verwende, um für euch da zu sein und mich mit euch, mit der Autopflege zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, okay. Das ist die Art von Video, wo ich sage, das ist ein Werbevideo, weil das führt potenziell oder hoffentlich dazu, dass ihr einen Workshop besucht. Damit verdiene ich Geld. Was glaubt ihr, wie viele Videos es insgesamt waren, in denen wir auf unsere Workshops hingewiesen haben? Und man muss es halt ganz klar sagen, wir hätten ja mit diesem Kanal extreme Reichweite, um sehr häufig auf unsere Workshops hinzuweisen. 15 Videos. 15 Videos waren es, in denen wir das gemacht haben. 0,38% aller Videos. So viel zum Thema Werbevideo. Videos mit und über unseren Partnershop Waschguru. Was schätzt ihr da? 16. Das sind Updates, Besichtigungen, News und so weiter, wo es nur um Waschguru ging. 16 Stück. 0,41%. So viel zum Thema Werbevideo. Gewinnspiele, Gewinnspiel, Bekanntgaben. 117 oder 2,97%. Ja, auch das ist im weitesten Sinne Werbung. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wo ich sonst unterbringen soll. Aber ganz ehrlich, ihr könnt da einfach kostenloses Zeug gewinnen. Und wenn ihr das als Werbung betrachtet oder angebt, um Himmels Willen, dann ist es also. Damit kann ich leben. Aber das waren nur 117 Videos im Vergleich zu über 400 Vergleichsvideos, im Vergleich zu über 400 Anleitungen und im Vergleich zu über 1800 Videos, in denen es um einzelne Produkte ging. Ich glaube, das ist okay. Deals und Aktionsvideos. Ja, das ist Werbung. Klar, wir weisen da auf Produkte hin, die ihr kaufen könnt bei unserem Partnershop. Das ist in dem Sinn ein Werbevideo. Das waren insgesamt 174 Videos oder 4,41%. Auch da wieder. Wenn das für manche von euch zu viel ist oder manche von euch da behaupten, es geht auf unserem Kanal nur noch darum. Wenn es für manche von euch zu viel ist, gefühlt, verstehe ich. Kann ich absolut nachvollziehen. Wenn aber uns jemand sagt, es geht auf eurem Kanal nur noch um Deals und um Aktionen, das ist faktisch falsch. Die Zahlen sprechen hier eine ganz klare Sprache. 4,4% aller Videos auf 8 Jahre und 4.000 Videos verteilt haben sich um Deals und Aktionsvideos gedreht. Und da war übrigens nicht nur Waschguru dabei. Da war Waschguru dabei, Amazon, Flowmax, Dr. Detail, Carshine, CCF-Autopfleger und Black Friday Sachen dabei. So viel dazu. So, jetzt habe ich mir noch ein paar Notizen gemacht, weil das sind die Zahlen. Das sind einfach nur die nackten Zahlen, so wie ich sie rausgesucht habe. Jetzt gibt es ein paar Sachen, über die möchte ich als Gesamtfazit noch mit euch sprechen. Wichtig ist, das ist jetzt nur eine Übersicht über die reine Anzahl an Videos. Was jetzt gerade bei den Videos, wo es um einzelne Marken ging, was dort nicht berücksichtigt wurde, selbstverständlich ist, ob die Videos positiv, negativ oder neutral für den jeweiligen Hersteller ausgefallen sind. Weil, ja klar, das kann ich verstehen, wenn halt zu einer Marke vor allem negative Testergebnisse herauskommen, dann kann ich verstehen, dass das einen Geschmäckler hinterlässt, wie man so sagt. Aber ich glaube, wir testen hier auf diesem Kanal sehr objektiv, sachlich und vor allem nachvollziehbar. Was wir hier auch nicht berücksichtigt haben, ist die Länge der Videos. Weil, was man jetzt eben noch machen könnte, ist, man könnte ja nicht nur die Anzahl der Videos pro Kategorie nehmen, sondern man könnte das auch noch mit der Länge der Videos multiplizieren. Weil ich glaube, dann würde sich die Anzahl der Aktionsvideos nochmal absolut relativieren. Die Aktionsvideos sind in der Regel sehr kurz. Die Videos, wo es um Anleitungen, Tipps und so weiter geht oder Tests, die sind in der Regel relativ lange. Also das ist auch etwas, was wir hier nicht berücksichtigt haben. Was wir aber fairerweise, muss man auch sagen, nicht berücksichtigt haben, ist die Verteilung der Videothemen über die Zeit. Von dem her, wir können jetzt aus dieser Tabelle nicht herauslesen, ob die Verteilung, dass wir sagen 50% aller Videos hat sich immer um eine Marke oder Produkte von einer Marke gedreht, ob das über die Zeit verteilt identisch war oder ob eine gewisse Videokategorie in Vergangenheit häufiger vorkam und jetzt ein bisschen weniger häufig. Das habe ich jetzt nicht untersucht. Das wäre ein Riesenaufwand, das auch noch zu berücksichtigen. Aber fairerweise muss man sagen, das haben wir alles nicht berücksichtigt. Dann nochmal und ja, vielleicht wiederhole ich mich jetzt, aber das ist für mich ein wichtiger Punkt. Das war auch für mich unter anderem ein Grund dafür, warum ich dieses Video machen wollte. Thema Werbevideos. Weniger als 10% aller Videos hier auf dem Kanal sind Werbevideos, wenn man es als solche bezeichnen möchte. Wir haben genauso viele Livestreams gemacht, wie wir Werbevideos gemacht haben und von Livestreams, wie ich euch vorher gesagt habe, profitieren wir in keinster Weise. Die 10%, die ich vorher genannt habe, die kann man auch auf eine andere Art und Weise ausdrücken. Jedes 10. Video ist ein Werbevideo. Das heißt, man kann auf unserem Kanal 9 Mal sich absolut kostenlos qualitativ hochwertige Inhalte zum Thema Autopflege anschauen und muss erst beim 10. Video sich ein Werbevideo antun. Und ich glaube, auch das ist okay. Wobei, wie gesagt, in diesen Werbevideos auch Gewinnspiele mit enthalten sind. Und dann möchte ich noch eine Sache anmerken, die fand ich persönlich sehr, sehr spannend. Weil manchmal kriegen wir die Aussage, früher war alles besser. Also früher war auf unserem Kanal alles besser oder auch anders. Das erste Aktionsvideo kam bereits am 16.03.2017. Also ein Jahr, nachdem der Kanal gestartet hat. Und das erste Gewinnspiel fand am 15.10.2016 statt. Das war das 100 Abonnenten Special. Man kann nicht sagen, dass Werbevideos ein neues Phänomen auf diesem Kanal sind. Wie gesagt, Zahlen lügen nicht. Das fand ich halt sehr, sehr spannend, das im Zuge dieser Recherche herauszufinden. Und dann noch bezüglich der anderen Videos. Nochmal, die meisten Videos auf diesem Kanal gehören zur Kategorie Anleitungen, Tutorials. Circa 12% aller Videos. Die zweitmeisten Videos waren Vergleiche mit mehreren Produkten. Das heißt zusammengefasst, fast 30% aller Videos sind komplett markenunabhängig. Weil das sind Anleitungen, Guides, Tutorials, FAQs, Erklärungen, Livestreams, Experimente, Waschvideos, Podcasts, Interviews, Spezialthemen. Ein Drittel aller Videos sind komplett unabhängig von irgendwelchen Marken. Zahlen lügen nicht. Und fast 18% aller Videos sind solche mit mehreren Produkten. Vergleiche, Produktübersichten, Favoriten, Sets und Unboxings. Und fast 50% aller Videos können dann bestimmten Produkten oder Marken zugeordnet werden. Aber diese 50% verteilen sich halt auf eine riesengroße Menge an Marken. Und bezüglich dieser einzelnen Marken habe ich ja die wichtigen Punkte vorher schon gesagt. Was wir relativ oft hören, also oft, wie gesagt, es sind wenige Personen, die uns das vorwerfen. Aber von diesen Personen hören wir immer ähnliche Dinge. Wir benachteiligen Koch-Chemie. Stimmt nicht. Haben wir gesehen, sind sehr viele Videos. Wir benachteiligen Liquid Elements. Stimmt absolut nicht. Viert häufigste Marke. Wir haben auch schon den Vorwurf gehört, dass wir von Ava gesponsert sind oder Ava in besonderem Maße hervorheben. Wir haben insgesamt 15 Videos zu Ava gemacht und insgesamt 12 Videos zu Kärcher gemacht. Das ist fast gleich viel. Was man schon dazu sagen muss bei diesen Markenvideos ist, dass die Statistik leicht verfälscht ist. Denn manche Marken kommen häufiger vor als andere, weil wir oft Update-Videos gebracht haben. Gerade bei Sonax, ADBL und Soft99, gerade bei den Versiegelungsprodukten gab es auch oft Updates zur Standzeit beispielsweise. Das verfälscht die Statistik ein bisschen. Auch muss man sagen, Chemical Works, ja, das ist eine neue Marke. Ja, das ist die Marke von unserem Partnershop. Aber Chemical Works hat halt jetzt auch in sehr kurzer Zeit sehr viele neue Produkte, Neuerungen rausgebracht und tut das immer noch. Das heißt, hier gibt es halt auch immer wieder Neues zu zeigen und Neues zu berichten. Und im gleichen Zeitraum kam halt von anderen Marken weniger Neues. Muss man ganz klar so festhalten. Wenn ihr mir das nicht glaubt, könnt ihr das gerne nochmal selber für euch nachprüfen. Und muss man auch sagen, manche Marken kommen oft vor, weil wir zusammen mit diesen Marken themenspezifische Videos gemacht haben. Ich habe vorher die Frage-Antwort-Videos zum Thema Leder mit Ledermarks erwähnt. Die Werksbesuche bei Sonax, bei Dr. Wack oder bei Labo-Kosmetika, die Labor-Videos bei Dr. Wack, die haben ja alle da reingezählt. Das waren ja keine Videos, wo es nur um Produkte von diesen Marken ging, sondern das waren auch solche thematischen Videos. Und die habe ich alle dort dazu gezählt. Und von dem her, auch hier wieder offen und ehrlich, was wir oft hören ist, wir werden von Ledermarks, von Dr. Wack oder von Labo-Kosmetika gesponsert. Und was ist denn mit Sonax, was ist denn mit Liquid Elements, was ist mit Soft 99, was ist mit Car Pro, was ist mit Enquirers, was ist mit Dodo Juice, was ist mit G und was ist mit den Shiny Chiefs. Das sind alles Marken, die fast genauso häufig wie die anderen genannten bei uns vorgekommen sind. Man muss halt wirklich teilweise seine eigenen Vorurteile ein bisschen hinten anstellen. Und man muss sich halt bei so einem großen Kanal, wie wir es sind, mit so vielen Videos, man muss sich halt die Zahlen schon ein bisschen genauer anschauen, bevor man mit solchen Anschuldigungen und Unterstellungen um sich wirft. Und ich glaube, das ist generell ein Thema, was man nicht nur bei uns auf dem Kanal, was man generell in dieser ganzen Social Media Welt beobachten kann. Viele, und leider Gottes muss ich auch sagen, das ist ein sehr deutsches Phänomen, vieles, was mit Vorwürfen, Unterstellungen und Anschuldigungen zu tun hat, ist am Ende des Tages einfach nur eine verschobene Wahrnehmung. Weil beispielsweise in einer relativ kurzen Zeit relativ viele Videos zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Marke, zu einem bestimmten Produkt kommen, weil ihr danach fragt. In der Regel seid es ihr, die diese Frequenz von Videos bestimmen, weil das euch sehr stark interessiert. Und dann hat man automatisch das Gefühl, dass wir dann irgendwie gesponsert sind, dass wir das pushen wollen, dass wir das hypen wollen, dass wir damit Geld verdienen wollen. Und Beispiele hier bei uns auf dem Kanal war, als wir Ava gezeigt haben, im Vergleich zu Kercher, haben wir gesehen, die Anzahl der Videos ist fast identisch. Aktuelles Beispiel ist Ledermax im Vergleich zu Colorlock. Wir haben früher sehr viel mit Colorlock, auch mit Colorlock, mit dem Lars von Colorlock gemacht. Aktuell haben wir sehr viel mit Ledermax gemacht. Wie ich euch vorher gesagt habe, realistischerweise ist die Anzahl der Videos fast identisch. Es ist also am Ende, muss man sagen, oft einfach eine verschobene Wahrnehmung. Weil viele einfach vergessen oder vergessen haben oder es bewusst verdrängen, dass wir zu bestimmten Marken in der Vergangenheit bereits sehr viele Videos gemacht haben. Jetzt fairerweise muss man sagen, ja, bei 4000 Videos ist das auch leicht zu vergessen, aber dann habe ich jetzt dieses Video für euch gemacht, um euch in Erinnerung zu rufen, dass wir beispielsweise zu Colorlock, zu Kochremie oder zu Liquid Elements auf diesem Kanal vergleichsweise viele Videos gemacht und gezeigt haben. Diese Marken gehen auf diesem Kanal nicht unter. Und deswegen muss man am Ende nochmal sagen, ich weiß, ich wiederhole mich, Zahlen lügen nicht. Ich persönlich fand diese ganze Übung sehr, sehr interessant, das mal mit Zahlen festzuhalten und euch dann auch mitzuteilen und es mit euch zu teilen, was wir hier auf diesem Kanal bereits alles an Videos und an Themen behandelt haben. Wenn es für euch genauso spannend und interessant war wie für mich, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, unterstützt den Kanal auch gerne mit einem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus! look! like Bis zum nächsten Mal.